Auf geht's, Maikos! Geh Gas! Maikos! Auf geht's, Maikos! Ich weiß nicht. Ich hab nur gesehen, wie wir sie länger verborgen. So, wir kommen. Auf geht's, Maikos! Auf geht's, Maikos! Komm, komm, komm! Auf geht's, Maikos! Auf geht's, Maikos! Auf geht's Michael, auf geht's Michael, auf geht's Michael, auf geht's Michael, sehr schön. Ich will hier in der Gruppe bleiben, jawohl. Jawohl Michael, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. So, wir sind hier, auf der Doppeljumpline, wirklich hart-sackt, schnappl course, und jetzt die Lieders sind gekommen, wirklich exigend. Schön zu sehen. Auf geht's Michael, auf geht's Michael, auf geht's Michael, auf geht's. Auf geht's Michael, auf geht's Michael. Was sagst du zur heutigen Lage? Ja, zur heutigen Lage sag ich, wir haben sehr sonnige Temperaturen, gleich der Ostwind, ich würde sagen 100 Grad Celsius, Zimmertemperatur. Ja, Markus fährt eigentlich ein sehr stabiles Rennen, ähm, Markus mag ich nämlich eh sehr, der ist heute echt gut unterwegs, aber er ist hinter dem Schwabsegel, also, das finde ich jetzt nicht so gut, aber sonst, halt, aber sonst finde ich das Rennen eigentlich sehr spannend. Julien, Absalon und Schurter sind halt ziemlich langsam unterwegs heute, die werden wahrscheinlich noch überrundet von Markus, ähm, ja, was gibt's hier noch zu sagen? Ja, nix eigentlich, oder? Alles klar, halt dein Maul. Auf geht's Michael! 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 Ich glaube das weiß er selber! Auf geht's Michael! Auf geht's Michael! Auf geht's Michael! Was sagst du, kommt Markus nochmal durch? Auf jeden Fall, der Außenseiter sieht mich nahe. Markus, mein Freund, wie ist das? Hier ist das Mikro. Also am Start war ich gar nicht so schlecht unterwegs. Kurz vorher war der Unfall, gleich nach der ersten Kurve. Hast du davon profitiert? Leider nicht. Obel, im Einbiegen in den Trail konnte ich noch mal einen Platz gut machen. Kam ungefähr um 30 aus dem Labyrinth raus. Was ist das? Ab der dritten Runde ging es mir leider nicht mehr so gut. Ein Faschturz hat mir einen Krampf in meine Warte gegeben. Aber ich habe das so weit, ich konnte gut durchzogen. Ich hatte keinen Defekt. Anfangs vor Martin Loh und Sascha Weber. Was ist dann passiert? Bist du eingegangen oder ist die Form einfach noch nicht klar? Man sieht, der Oberschenkel wächst und wächst. Cleverfit scheint seine Zeichen zu setzen. Cleverfit hilft. Wer fit ist, geht ins Clever. Wer clever ist, geht ins Cleverfit. Alles klar. Dankeschön Markus. Ich habe mich jetzt verrücksisch zu mir, meine lieben Damen. Dresdorf mit der Bundesliga! Sieger! Ein Europa-Meister! Die UFC Morgenreis! Reis im Team! Absolut! Absolut! In Australien! Das ist der Weltmeister! Liederschotter! 1.2! Und der dritte Inball schon im Ziel, Maxima Horst. Richtig aufgeholt. Tolle Leistung, Dubai Team. Und wir haben den fünften aus dem Team von DHS aus Sandtour. Viktor Korecki, the fifth place. Auch er natürlich einen mega Applaus. Pro Russia.